Servus. Servus. Fünf gesprätzte. Das seh ich eh. Und was willst du trinken? Das ist ein Paar. Na gut, g'scheiter. Dann geb ich auch fünf Bier und fünf Schnaps. Snaps? Ja, Schnaps. Snaps? Ja. Kommt sofort. So, und wie soll ich das jetzt tragen? Snap. 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 Und jetzt gehen wir. Ich bin der Johnny. Ich betreibe einen britisch-amerikanischen Supermarkt und einen Pub im Freihausviertel im vierten Bezirk in Wien. Ich bin seit über 20 Jahren Gastronom und habe einen Kunststoffstampel entwickelt, das einfach mehr kann. Mein Stampel ist anhänglich. Mit meinem Stampel kannst du aufreißen. Mein Stampel ist wiederverwertbar. Und mit meinem Stampel kannst du spielen. Und übrigens, mein Stampel ist unzerstörbar. Mein Stampel heißt Snaps. Und ein Snaps a day keeps the doctor away.